Peace, Leute, was geht ab? Heute eine neue Episode. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und zwar habt ihr schon im Fun-Nail gesehen? Ich habe Ninja Legends fast erfolgreich durchgespielt. Ich habe die besten Pets, alle Elemente, den vorletzten Rang, beste Waffe, beste Ninja-Zu-Dingada, besten Gürtel. Was habe ich noch? Ich habe den besten Rang da von diesen anderen Dingern, wo man diesen dunklen Sensei und den hellen Sensei, da habe ich auch alles gekauft. Ich habe, was habe ich noch? Ja, Statistiken maximal hochgeballert, bis ich komplett OP bin. Ich habe das Spiel erfolgreich fast durchgespielt. Aber wir wollen heute nicht nur spielen, wir wollen heute ein paar Pets trainen, an die Leute Verlosene und die Leute mal schenken und alles. Ihr wisst es ja schon, es gibt jetzt ganz viele Ninja Legends und ja, das mache ich einfach nur, weil ich das Spiel echt nice finde. Ihr seht auch links, ich habe 37,1 JXZU. So, ich gehe mal in den Weapon Shop, ich habe, okay, diesen Rang, der ist mir echt viel zu teuer und ich habe, wie ihr unten links sieht, alle Elemente und der Typ will mich killen, obwohl er, er macht mir 41T Schaden. Seht ihr? 44,8T Schaden, also Trionen Schadene. Ich habe einen Schutz gebraucht. Er ist tot. Er hat mit seinen Nunchakos, mit seiner Klinge, 41T Schaden gemacht. Ich habe kein einziges Herz verloren. Bär, oh mal, da ist der weg. Ah, der schlau, wie hat er ja? Was? Hä? Los, schlag ihn. Hä? Ist ich aber reich. Ah, 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 ah. Ich habe innere Friedens sowieso, Heimer. Ähm, ich kann mal schnell in den, ich kann mal schnell in den Altar der Elemente gehen. Er fordert Mass of Elemental. Upp. Ähm, wie ihr seht, äh, gemeistert. Split-Element hab ich. Ähm, Inferno-Element, gemeistert. Frost-Element, gemeistert. Dann gehen wir mal nach oben. Das hier ist gemeistert. Äh, das hier ist gemeistert. Das hinten ist auch gemeistert. Und das hier oben ist auch gemeistert. Und das hier ist auch gemeistert. Ich habe alle Elemente, die es in den Jollet-Shills gibt, freilich. Also, ihr wisst nicht, wie lange ich hier am PC hocke. Jeden Tag. Und wie viel ich schäufe. Ja, also wir kommen dazu, die Pads zu verlosen. Meine Pads will ich. Ich habe mir mit Mühe, mit ganz heftiger Mühe, also diese drei Element-Pads, das cool ist, ich habe anstatt 20, 35, weil durch Elementen kriegt man Platz. Das ist das Neiße. Und zwar, wenn ich das Ei öffne, kriege ich nicht ein Haustier, sondern ich kriege direkt drei bis vier und sind alle instant auf unsterblich. So. Und mir fällt gerade ein, Stellar Eclipse Steenheimer hier für fünf Prozent. Einmal, zweimal, dreimal. Ich habe den einfach dreimal. Und die werden wir heute verlosen. Maximales Level. Ihr seht, Level 200. Maximal. Aus dem Crystal. Werden wir heute verlosen? Äh, ihr habt vielleicht Glück und ihr seid gerade am Start hier, das weiß ich nicht. Ich verlose jetzt. Das heißt, ich mache so. So, ich scrolle. Bup. Jetzt mache ich so. Den, äh, Scoble sowieso Heimer. Okay, das war ein komisches Gräuze eben. Äh, Scoble, Scoble, Scoble. Äh, da bist du. Du bist heute unser erster Stargast. Du kriegst von mir einen Freeheimer Pet. Und sterblich Level 200. Christoph Freehouse musste mir nicht schenken. Gut. Erster ist verlost. Der Scoble. Heimer. Der hier. Verlost. Er kann natürlich Glück haben und ich lose ihn nochmal. Der noch ein Pet. Aber ich glaube, das ist ein Anfiel für die, äh, ähm, blöd. Unfiel für die anderen. Okay, wir verlosen den nächsten. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Hier. So. Der. Das war jetzt eigentlich hier auf der Grenze. Ich habe eigentlich beide ausgewählt. Das heißt, nochmal. So. Okay, das war. Nochmal. Der 1903 Heimer. 1903. Der KFC. 1903. KFC Heimer. Du kriegst von uns ein Free-Pet für dich. Nimm auf Haus dieses Haustier. Ich achte nicht darauf, was im Chat steht, weil das juckt mich eigentlich immer nie. Ein bisschen natürlich schon. Okay. Okay. Äh, nochmal. So. Falls ich, glaube ich, ja, ihr seht das. Okay, nochmal. Bup. Bup. Den Tom Dar 1. Nice. Tom Dar. Da bist du ja. Solche Verlosungen werde ich öfters machen. Ich kann euch aber schon mal bereit sagen, dass ich der Ninja Legends bin. Und dann werden ein paar von mir zu... Ja, ich schenke dir... Natürlich wirst du nicht... Ist klar. Du hast keinen Bock. Dann hast du keinen Bock. Der... Ach ja. Nochmal. Der Kasimean. Sobald einer wieder verlässt, kriegt der nichts. Also, wie gesagt, ähm, ich werde euch dann Bescheid sagen. Oh, ich bin der Ninja Legends. Ich verlose Pads. Das ist eigentlich hier so eine Pad-Folge. Eine Pad-Verlosungs-Folge. Gerade. Und, ähm, äh... Ja. Ich glaube, die machen gerade ein Duelles. Einstellungen, Duelle. Duell beginnt dann sowieso. Also, dann sage ich euch mal Bescheid. Und dann könnt ihr es einfach sehen. Kasimeane, du hast gerade ein Pad gewonnen. Neu-Verlosung. Lego. Ich gucke nicht. Ja, okay. Es war eher vorher der... Naja, das ist zum Beispiel. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Der... Günter Heimer. Vielleicht spreche ich die ganzen Namen auch falsch aus. Günter. Günter. Schieß. Lukas von mir ein. Freepet. Bitte. Okay, Leute, wir haben alle verlost. Das wird öfter stattfinden. Keine Angst. Das wird öfter stattfinden, ne? Auch auf maximale Level. Ihr werdet sie immer auf Level 200 bekommen. Ähm, das Maximale, was ich da machen werde, sind 8 Pads. Weil ich kann 8 equippen. Dann kann ich dieses Pad 8 mal equippen. Mir die Kiste von Sandstorm einsammeln. Und dann hab ich es. Und, ja, dann kann ich euch das so verlosen. Und halt geben. Und ich glaube nicht, dass das hier was bringt. Egal. Ähm, ja. Also, ich gebe euch dann Bescheid. Und dann könnt ihr am Start sein. Bevor wir gehen, sammeln wir nochmal diese Chest hier ein. Up to Günter. Mac Cheese. Ah, den haben wir doch gerade. Ne. Please free pet. Ja. Sorry. Oh, jetzt schreibt einer. Please free pet. Alex 2, 6. Küssern. Ja, sorry. Ich hab ja schon meine Verlosung gemacht. Drei Pads. Am Anfang. Erstmal getestet. Wir werden jetzt nochmal welche ziehen. Ich werd gucken, was wir bekommen. Ah. Jetzt nochmal. Es werden immer unterschiedliche Pads sein. Ihr könnt natürlich auch mehrmals gelost werden, wenn ihr mehrmals am Start seid. Es kann auch mal der sein. Oder der. Oder der. Ähm. Es muss nicht immer maximal das Level sein. Es ist alles immer unterschiedlich. Aber hauptsächlich die Pads aus diesem Ei. Wir öffnen zweimal. Machen dann jetzt auch Verlosung. Wartet. Hier seht ihr direkt. Unsterblich. Ich hab zweimal geöffnet. Hab aber vier. Denn würde ich sagen. Verlosungsrunde zwei. Let's go. Wir sind am Start. Ich hab hier gerade etwas ganz komisches gemacht. Verlosung. Der mehr. Okay. Dieser Typ, der jetzt. Please free. Das ist der Alex. Sowieso. Wo ist er denn jetzt hier? Äh. Alex. Alex. Bist gequittet, mein Lieber. Ja, dann kannst du auch nichts bekommen. Wir öffnen Tab. Ab. Go. Brrrr. Brrrr. Herzlichen Glückwunsch. Beast Boy. Du hast gerade ein Pet gewonnen. Und sterb nicht. Level 1. Immerhin. Nimm zurück. Ich möchte keine Pads. Was willst du jetzt? Jetzt nimm dein Pet an. Äh. Ja. Wow. Jetzt hast du mir eins gegeben. Mann. Ich glaube, was hat er denn für ein Billig-Paddle? Was haben? Was geben die alle mir für schwache Pads? Ja, okay. Es sind jetzt keine schwachen Pads. Aber. Wo hat er das her? Wo hat er das her? Ach, das. Ach so. Ach so. Ach so. Das Ei. Ehrlich. Es werden immer. Es sind alle Verlosungen unterschiedlich. Ich kann auch meine Verlosungen. Also es ist auf jeden Fall. Immer die Pads. Aus dem Ei. Mal Level 200. Mal Level 1. Immer unterschiedlich. Aber. Wenn ihr immer aktiv seid. Habt ihr die Chance. Einen von diesem Pet zu gewinnen. Für mich ist es fair. Weil. Ich mache so Verlosungen mehrmals. Aber man kann diese Kiste ja nur einmal einsammeln. Also ich mache diese Verlosungen mehrmals. Aber wir werden jetzt noch mehr verlosen. Weiter geht's. Bistboy. Du hast schon wieder ein Haustier gewonnen. Ich sag doch. Genau der gleiche. Herzlichen Glückwunsch. Kriegst du ein zweites Haustier. Eine Chance. Okay. Letzter. Herzlich. Okay. Das nochmal. Bist. Bistboy. Junge. Jetzt geh doch mal ran. Kill mich nicht. Ryan Cola. Nee. Du kriegst nichts. Okay. Ich verlose weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ryan Cola. Hat ja gepasst. Ich hasse das. Wie gesagt. Es ist random. Was ich verlose. Nicht sauer sein. Wenn die sagt. Oh Mann. Das ist gemein. Wenn du denn ein paar auf Level 200 Mal auf Level 1. Ich kann euch versichern. Das Spiel ist so am Bagen. Die Pets. Aus dem Ei. Ne. Was ich da geöffnet habe. Egal welches Level die Pets haben. Werte bleiben gleich. Äh. Werte bleiben gleich. Das ist halt wirklich so. Da könnt ihr nichts besser machen. Die Werte bleiben einfach gleich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Pad gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Pad gewonnen. Du hast dieses Pad gewonnen. Endlich. So. Da hat er es angenommen. Nice. Wir haben noch eins und zwei Pets noch. Herzlichen Glückwunsch. Cassie sowieso. Heimer. Äh. Da ist er. Cassie. Mei. Das ist genau die gleiche. Cassie. Meer. Meer. Mei. Mei. Das ist genau die gleiche. Wen. Sorry. Nächste Verlösung. Das ist jetzt gerade in diesem Video. Also falls ihr mal am Start ist. Oder wie auch mal der Typ heißt. Äh. Der hier ist das. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Das sind komische Namen. Hero wird mit E geschrieben. Und ich mit. Ja also. Was wollte ich jetzt sagen. Ja. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Und ähm. Zweitens. Ich werde euch vorher auch mal sagen. Ich mache eine Verlosung. Da mache ich ein kurzes Video. Wo steht. Ich mache eine Verlosung. Um so und so viel Uhr. Und an die Spieler. Die heute. 15 Uhr am Start waren. Es war alles am Start. Verlosung. War am Start. Leute. Ich war da. Aber. Niemand hat in den Chat geschrieben. Jo. Ich kenne dich von YouTube. Also. Sorry. Tut mir leid. Keiner war da. Pech. Ja. Vielleicht wartet ihr auch am Start. Hat mir eine Freundschaftsabfrage geschickt. Ne. Nehme ich nicht an. Ich kann es nicht. Müsst ihr in den Chat schreiben. Ey yo. Ich kenne dich von YouTube. Ich bin um 15 Uhr. Und ich werde hier am Start. Okay. Aber wir verlosen einfach mal da. Ähm. Gitter Max Schieß. Herzlichen Glückwunsch. Äh. Ja. Du kriegst ein Pet von mir. Ähm. Ein unsterbliches. Bäreschön. Danke, dass du mir ein Schrottpett gibst. Aber ich muss das mal so sagen. Äh. Röp. Eck. Sowieso. Röp. Oder wie auch mal der Typ heißt. Amea. Röp. 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 Da ist der Typ. Auch nicht am Start. Nächster. Röp. 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 Habe ich vergessen im Video erzählen. Ihr hattet eine Chance ein Pet zu gewinnen. Was ich euch gleich nochmal zeigen werde. Oder habe ich das schon verlost? Äh. Ja genau. Ihr hattet die Chance diesen Chaos Titan zu gewinnen. Wenn ihr am Start wart, wart ihr nicht. Der Erste. Niemand war da. Ihr hattet die Chance diesen Chaos Titan zu gewinnen. Nächsten Sonntag 15 Uhr wird das wieder stattfinden. Ich werde wieder einen Chaos Titan. Ich habe heute schon zwei Chaos Titan verteilt. An Freunde. Ja. Aber ihr habt Sonntag 15 Uhr die Chance dieses Pet zu gewinnen. Wenn ihr am Start seid, seid der Erste. Ihr bekommt das. So. Wenn ich das verlost habe, werde ich irgendwann auch dieses Pet verlosen. Auf jeden Fall. Die ganzen kann ich nicht verlosen. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das werde ich verlosen. Das. Äh. Wird ihr eh nicht brauchen. Äh. Ja. Ja. Das und das. Wird irgendwann verlost sein. Also. Würde ich. Also. Wenn das. Es wäre cool, wenn ihr wirklich um 15 Uhr am Sonntag dann am Start wärt. Äh. Ja. Dann würde ich sagen, das waren jetzt auch schon die 17 Minuten, wo wir jetzt die Pets heute verlost haben. Ähm. Ich werde morgen noch mal eine Verlosungsfolge machen in Ninja Legends. Ich werde euch morgen noch mal eine Verlosung machen in Ninja Legends. und macht die Verlosung. Ich kann euch morgen nochmal, ich schicke morgen nochmal Video ab. Um 14.30 Uhr oder 14 Uhr. Punkt 15 Uhr bin ich in Ninja Legends und dann werde ich euch ja, das machen hier. Ich werde euch die Pets verlosen. Eine Verlosungsfolge. Morgen 15 Uhr. Habt ihr die Chance, diese Pets aus dem Ei, was sich hier befindet. Die Pets habt ihr eine Chance, die zu gewinnen. Also, wenn alles, wenn ihr da wird, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao.